Und ebenfalls aus München heute Abend bei uns heißen Sie willkommen den MAN Truck & Bus AG, die zusammen mit MMK Messmer & Meier, Agentur für Kommunikation, Preisträger der German CV Awards 2019. Der führende internationale Hersteller von Nutzfahrzeugen gewinnt zusammen mit der Full-Service-Agentur für Marketing, Kommunikation und Design den Gold Stevie Award 2019 für das beste Vertriebsvideo für MAN Top Used, der internationalen MAN Gebrauchtwagenmarke. Den Gold Stevie Award nehmen entgegen Fabian Obinger, Head of Marketing Communication bei der MAN Truck & Bus AG und Tobias Messmer, Geschäftsführer von Messmer & Meier. Also vielen lieben Dank für diesen wundervollen Stevie Award. Wir freuen uns sehr darüber, weil es uns nochmal zeigt, dass wir mit unserer Arbeit auf dem richtigen Weg sind. Danke an das komplette Team, die da mitgewirkt haben bei dem Film. Danke an die Jury, die hier super Geschmack bewiesen hat. Und der beste Dank natürlich an MMK, die uns Idee, Konzeption und Umsetzung des Films organisiert haben. Mit den Jungs ist man auf der Gewinnerspur. Dankeschön.